Highspeed Pfannenbrötchen aus fünf Zutaten, ohne Ofen, in der Pfanne gebacken, los geht's. Alle Zutaten in unsere Schüssel. Mehl, Backpulver, etwas Salz, Öl und fürs Aroma und die frische Joghurt. Kurz mit dem Löffel verrühren und schon mal die Pfanne heiß machen. Mittlere Temperatur genügt. Fertig. Den Teig auf eine leicht bemehlte Arbeitsfläche geben und zu einer Wurst formen. Den Teig teilen wir jetzt in vier gleich große Scheiben ein. Die Anschnitte leicht in Mehl absetzen, dann sind sie schon fertig für unsere Pfanne. Und jetzt rüber in die Pfanne. Und da brauchen wir kein Öl, denn der Mehlfilm verhindert, dass es anbrät. Fünf Minuten von beiden Seiten, bis es goldgelb und schön aromatisch ist. So, wunderbar. Habe ich zu viel versprochen. Wenn es mal schnell gehen soll und nichts im Haus ist, dann sind das genau die richtigen Brötchen. Und durch die milde Säure von unserem Joghurt passt es sowohl zu süßen als auch zu herzhaften Belag.